Hallo, ich bin Marcel Davies. Seit 16 Jahren arbeite ich bei 1&1. Ich war dabei, als wir als erste kostenlos WLAN angeboten haben. Oder als wir die Flatrate für alle bezahlbar machten. Für Telefon und Internet. Aber die neueste Innovation von 1&1, die sehen Sie hier. Nämlich ich, der neue Leiter für Kundenzufriedenheit. Ab sofort werden sich mein Team und ich persönlich um Ihre Fragen kümmern. Damit Sie mich auch erreichen, meine... ...Mailadresse. davies.at1&1.de Fair und transparent. 1&1